Liebe Sportfreunde, ich hoffe, euch geht es allen gut in diesen schwierigen Tagen. Ich hoffe, dass unser normales Leben bald wieder vonstatten gehen kann und dass wir wieder unserem liebsten Hobby dem Fußball nachgehen können. In der Zwischenzeit müssen wir uns ja ein bisschen die Zeit vertreiben und in diesem Sinne ein Riesen-Dank an C.V. Pforzheim, der uns nominiert hat für die Klopapier-Challenge 2020. Ja, wir nehmen die natürlich gerne an. Wir werden unser Bestes geben und mal schauen, was dabei rauskommt. Dann wünsche ich allen mal viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich denke mal, die Challenge haben wir ziemlich gut gemeistert. Ich denke mal, schade für den CFR. Die Partypizzen geben wir nicht aus, aber wir können ja uns mal vielleicht gemeinsam treffen für irgendwas. In diesem Sinne würden wir gerne den SV Huchenfeld, die Jugendabteilung, den FSV Buckenberg, die Jugendabteilung, nominieren für die Challenge. Ich wünsche euch viel Spaß und ich wünsche euch viel Spaß und ihr wisst, wer der Wetteinsatz ist, innerhalb von 72 Stunden die Challenge absolvieren, hochladen. Ansonsten Partypizzen beim nächsten Sportfest. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.